14. Lucia Es war eine furchtbare Nacht gewesen. Erst war sie ziellos umhergefahren. Als sie wieder ins Dorf kam, hatte der Pub schon geschlossen. Immer wieder sah sie ihren Mann mit der jungen Frau, immer wieder der Kuss und das glückliche Gesicht ihres Mannes, Wut, Trauer. Alles erlebte sie in den Stunden danach. Sie war unfähig, irgendetwas zu entscheiden. Einfach zurückfahren nach Hause konnte sie nicht. Sie schrieb eine Nachricht an ihn, löschte sie wieder. Dann in der Nacht stand sie irgendwann vor der Kirche. Das Gotteshaus war zum Glück noch offen, also holte sie die kleine Decke aus dem Auto und zog sich alle Sachen an, die sie dabei hatte. Dann war sie in die Kirche gegangen. Lange hatte sie auf den Knien gelegen und geweint. Sie hatte Gott angeklagt, für den sie arbeitete, der ihr nun das zumutete. Ein Betrug musste sie erfahren. Sie suchte die Schuld bei sich und bei ihm. Alles tanzte durcheinander und dann war sie eingeschlafen. Erst der Fremde mit dem wilden Bart und dem strengen Geruch hatte sie wieder etwas klarer werden lassen, einfach dadurch, dass er da war. Sie hatte sich geschämt, sich einfach an einen wildfremden Menschen anzulehnen, aber in dem Moment gab er ihr Halt. Er war freundlich und die Freundlichkeit brauchte sie jetzt. Doch als sie beim Kaffee in dem kleinen Geschäft den Kompass sah, den der Fremde ihr vor die Nase hielt, da brauchte sie etwas, um sich zu fangen. Es war genau der gleiche, den auch der heilige Brandon in der kleinen Kirche in der Hand gehalten hatte, als sie stumm geworden war. Das einzige, was fehlte, war die lateinische Inschrift, aber sonst sah er genauso aus. Er drehte sich auch immer wieder in dieselbe Richtung. Als sie dem Mann, der Sebastian hieß, versichert hatte, dass alles in Ordnung sei, ging sie erstmal auf die Toilette, um allein zu sein und die Gedanken zu ordnen. Sie warf sich etwas kaltes Wasser an Gesicht, richtete sie ihre Haare, so gut es ging und überlegte. Hier am Ende der Welt tauchte wieder diese Nadel auf, mit der alles begonnen hatte, am ersten Advent vor über zehn Tagen. Das war doch kein Zufall, dachte sie. Der Mann folgte einfach der Nadel, wohin sie ihn auch führte. Er sagte, er habe sie von einer Heilerin bekommen und am Ende dort, wohin die Nadel zeigte, erhoffte er sich Heilung. In dieser kleinen Toilette, in einem Dorf am Ende der Welt, unausgeschlafen und gebrochen, verletzt und wütend, da traf sie eine Entscheidung. Sie würde mit ihm gehen. Vielleicht würde auch sie Heilung erfahren. Was sollte sie hier? Sie dachte an ihre Kinder und weinte wieder. Sie brauchte erstmal Klarheit über ihr eigenes Leben, bevor sie zurückgehen konnte in das, was von ihrer Familie noch übrig war. Und sie brauchte ihre Stimme, denn sie war stumm. Sie war stumm schon seit vielen Jahren. Schnell hatte sie das Wichtigste zusammengepackt. Das Auto ließ sie auf dem Parkplatz der Kirche stehen und dann folgte sie dem Mann mit der Nadel. Als sie ihm aufgeschrieben hatte, was sie vorhatte, war er es, der keine Worte fand. Aber sie saß in seinen Augen, dass er sich freute, nicht mehr alleine zu sein. Also gingen sie beide los. Und der Weg führte sie über Wiesen und Wege immer näher zur Steilküste. Und dann standen sie an der Klippe und die Nadel zeigte hinaus aufs Meer. Beide waren ratlos. Gerade hatten sie sich entschieden, mitzugehen und nun stand sie am Ende des Weges. Aber dem war nicht so. Lucia saß als erstes. Da war ein kleiner Pfad, der hinunterführte und unten lag ein Boot. Da brannte auch ein kleines Feuer. Und darum saßen eine korpulente Frau, ein junger und ein älterer Mann und unterhielten sich. Jetzt sah der Ältere auf und bemerkte sie. Er winkte ihnen zu und lachte. Dann sagte etwas zu den anderen. Und auch diese standen auf und schauten nach oben. Sie wurden offensichtlich erwartet. Lucia sah die Überraschung in Sebastians Gesicht. Auch er hatte das nicht erwartet. Kurz bevor sie den Weg nach unten antreten wollten, hörten sie ein Schreien hinter sich. Lucia fuhr herum. Und sie sah einen jungen Mann auf sich zurennen. Er wedelte wild um sich, als ob er etwas vertreiben wollte. Aber da war nichts. Die Bienen, sie sind überall, rief er. Helfen Sie mir. Lucia sah aber keine Bienen. Der junge Mann kam näher. Seine Augen waren weit geöffnet. Voller Schrecken schaut er sich um. Dann zeigte er auf einen Punkt hinter sich und sagte, da ist er. Sehen Sie ihn. Er verfolgt mich schon seit Tagen. Sebastian nahm den jungen Mann bei den Schultern und schüttelte ihn. Da ist keiner. Da ist kein Mann. Es sind auch keine Bienen hier. Sehen Sie. Es ist alles in Ordnung. Da ist nichts. Der Junge schaute erst Sebastian an, dann Lucia und schüttelte den Kopf. Er weinte. Dann wollte er etwas sagen, aber er bewegte nur stumm den Mund, ging ein paar Schritte rückwärts und verlor den Halt. Lucia sprang vor und wollte ihn an der Jacke packen und auch Sebastian fasste nach ihm, doch sie griffen ins Leere. Erschrocken, mit weit geöffnetem Mund fiel der Mann die Klippe runter. Flehend schaute er Lucia an. Der Moment, in dem er fiel, dauerte lang. Lucia schrie, es war der erste Laut, der ihre Kehle entsprang seit über zehn Tagen. Dann hielt sie sich die Hand vor den Mund, als der Körper auf die Steine aufschlug.